Hallo und herzlich willkommen zu Mr. Luke Zock Pro Cycling Manager 2021. Heute mit der Fernfahrt Paris-Nizza. Acht Etappen insgesamt, wir schauen uns mal einmal das Profil an. Auf den ersten drei Etappen sollte es ein Sprint werden, dann hügelig, interessanter Rundkurs am Ende, was für die Puncheure, dann ein flaches leichtwelliges Zeitfahren, nochmal hügelig und dann die letzten beiden Etappen bergig, wobei eigentlich nur die vorletzte Rauch zum Col de Turini so richtig bergig ist. Das hier ist unser Kader für Paris-Nizza. Wir gehen an den Start mit Chivalier, Consoni, Fernandes, Latour, Martin, Rochard, Rochard und Zimmermann. Für die Sprints ist unser Mann Simone Consoni und für die Gesamtwertung vielleicht sogar gar nicht Guillaume Matin, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall haben wir mit Pierre Latour eine echte Alternative, der auch im Zeitfahren besser ist und gerade für eine einwöchige Tour gut in Frage kommt, auch wenn er nicht so einen guten Reckwert hat. Das spielt hier nicht so eine Rolle wie bei einer Grand Tour, aber Matin ist noch im Vormhöhepunkt nach der UAE-Tour. Unser Sponsorenziel ist ein Etappensieg und das versuchen wir natürlich jetzt auf Etappe 1 mit Consoni herauszufahren. Ich gebe zu, wir haben jetzt nicht unbedingt so die besten Anfahrer für Consoni mit. Ich hatte mich hier aber für Consoni entschieden bei Paris-Nizza, da das Profil hier grundsätzlich eher ein bisschen welliger ist und keine Ahnung, weil ich irgendwie auch so eingeplant hatte. Also falls ihr euch fragt, wo ist eigentlich Brian Kocar, der hätte natürlich durchaus auch Berechtigung gehabt, hier an den Start zu gehen, aber keine Sorge, der kriegt schon noch seine Einsätze. Wir sind jetzt gerade auf den letzten 24 Kilometern. Es geht noch so ein bisschen hoch und runter. Ich habe mich jetzt hier mal um die Berg- und Sprintwertung nicht gekümmert. Wir gehen nur auf Etappensiegel und natürlich auf die Gesamtwertung ist ja ganz klar, aber ja nicht auf die Wertung im Einzelnen. So sieht die Anfahrt aus. Lässt sich wieder schwer sagen, inwieweit wir hier nach vielleicht noch eine Rechtskurve haben oder nicht. Ja, müssen wir uns mal überraschen lassen, würde ich sagen. Ich finde auch immer, um so Sprintwertung zu fighten, ist sehr, ja, der Aufwand rechtfertigt gar nicht den Ertrag, wenn es nur um drei Pünktchen geht, im besten Fall. Deswegen, das mag ich dann nicht so gerne. Grundsätzlich habe ich natürlich überhaupt nichts dagegen, wenn wir, ich habe zu viele Fahrer, ich muss immer ein bisschen ausdünnen, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich gehe schon mal auf Fernandes. Momentchen. Wenn wir hier irgendwie die Wertung gewinnen oder so, so meine ich das ja überhaupt nicht. Aber ja, wie gesagt, aus dem Grund lohnt sich das für mich jetzt nicht so. Und wir gehen rein auf die 25 Punkte, die es im Ziel gibt. Wenn wir die Etappe gewinnen mit Consoni, übernehmen wir natürlich eh das Leader und auch das Punkte Trikot. Aber die Konkurrenz ist ja schon ziemlich groß. Anode Mar ist hier auch am Start für FDG. So, Latour jetzt zieht nochmal an das Ding. Hier geht es auch noch wieder ein bisschen hoch. Also die AC-Grade ist leicht ansteigend. Von daher war ich mir schon relativ sicher, dass ich hier mit Consoni den richtigen Mann mitnehme. Sprint wird angefahren. Letzter Kilometer. Consoni geht raus. Ich hoffe nicht zu früh. Vielleicht bin ich ein bisschen zu früh rausgegangen am Ende. Gewinnt aber leider Vought van Aert. Zweiter Platz. Schade. Ja gut, van Aert hat natürlich krasse Werte. Schöner Sprint, muss ich sagen. Wirklich schöner Sprint von Consoni. Ich glaube, mehr hätte ich nicht machen können. Also zweiter Platz. Bin ich mit zufrieden. Also gegen Vought kann man definitiv verlieren. Das ist keine Schande, wenn man auch mal die Werte vergleicht. Consoni ist aber nach wie vor dieses Season sieglos, glaube ich. Ja, so ist es. Aber es kommen ja noch einige Gelegenheiten. Jo, und zwar jetzt direkt auf der zweiten Etappe. Hier noch mal kurz der Blick, welche Sprinter ansonsten dabei sind. Es ist jetzt nicht so, dass wir hier zehn van Aerts und Philipsons und so weiter haben. Aber ihr seht es ja von den Werten her, ist Consoni nicht mal in den Top Ten, was ich schon irgendwie auch eine Frechheit finde. Aber ja, an einem guten Tag denke ich hier gegen van Aert, Pedersen, Demar. Das sind unsere ersten Kontrahenten. Können wir da einen Etappensieg holen? Hier haben wir jetzt so eine ganz beschissene Etappe. Ganz ehrlich, ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass es irgendwelche Veranstalter gibt, die so einen Profil planen, wo man drei Kilometer vorm Ende einen Sprint hat. Also das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich wird die KI darauf sprinten. Ich versuche vorne zu bleiben und dann den Zielsprint zu gewinnen. Alles andere macht glaube ich keinen Sinn. Noch zwölf Kilometer, die Sprintanfahrt läuft und, oh ja, ein bisschen windig war es hier jetzt. Es gab hier einen kleinen Split im Peloton, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir das bis zum Ende hier irgendwie durchstehen können. Das ist ziemlich in die Länge gezogen. Grundsätzlich schon mal ganz geil. Also vielleicht sind hier auch zum Teil mal Sprinter weiter hinten dran. Ich glaube zwar ehrlich gesagt nicht, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber naja, wer weiß. So, wir gucken mal auf die Karte. Wir sind hier auf einem Rundkurs. Ähm, ja, kann ich jetzt aber nicht so viel irgendwie gerade mit anfangen in der Hinsicht, wie, ähm, wo das zielgleich sein wird. Wir haben gleich eine Sprintwertung. Hatte ich ja schon zuvor mal angedroht. Ganz merkwürdig, ganz merkwürdig vom Profil her. So, Mats Pedersen sprintet, Buhani, Fred Wright. Wout van Aert sehe ich hier jetzt nicht. Fernandes, zieh bitte durch. Danke. So, wir ziehen das Ding jetzt an. Ich bin ziemlich früh dran. Oshar, Consoni, ein Kilometer. Eigentlich können die anderen doch nicht. Aber Wout van Aert natürlich. Wout van Aert. Ah, fuck, Wout van Aert macht das Ding wieder. Am Ende wieder ein zweiter Platz. Ja, man muss aber mal sagen, van Aert war ja der Einzige, der es schlau gemacht hat von den anderen. Er war tatsächlich nicht bei der Sprintwertung mit dabei, weil Pedersen konnte natürlich nicht zweimal hintereinander sprinten. Ich hätte schon etwas eher anfangen müssen mit der Power, aber ich glaube, gegen van Aert hätten wir trotzdem keine Chance gehabt. Und ich ärgere mich gerade so ein bisschen darüber oder habe mir nochmal Gedanken darüber gemacht, warum ich eigentlich Kokar nicht mitgenommen habe. Ja, er hätte Fahrradkette, aber gegen Wout van Aert, tja, hätte er wahrscheinlich auch keine Chance gehabt. Pierre Latour geht leider, was die Bonussekunden angeht, leer aus. Pitcock wird hier dritter und Latour vierter im Sprint. Es geht sehr flach weiter auf der dritten Etappe wahrscheinlich. Der dritte Sieg für Wout van Aert nehme ich mal an. Ah, schlechte Tagesformen für Consoni und ich habe keine wirkliche Alternative. Also was das angeht, habe ich den Kader nicht so gut ausgewählt, muss ich gerade gestehen. Und davon abgesehen, Sprintanfahrt, ich verstehe es nicht in dem Game. Und dann noch eine Rechtskurve oder nicht. Man kann sich nie darauf verlassen. Also wenn ihr das komplett anders seht, dann bitte jetzt an der Stelle nochmal irgendwie der Aufruf an meine Community. Raffe ich das immer nicht? Ist das so eindeutig erkennbar oder also gibt es da irgendwas, worauf ich nicht achte? Ist das Ziel hier, wo die Flagge ist oder nicht? Also ich habe das Gefühl, manchmal ist es tatsächlich hier, wo die gelbe Linie endet. Das heißt, wir hätten jetzt hier ja so einen leichten Linksknick, der wahrscheinlich so durchgesprintet wird. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hier das Ziel und nicht hier. Aber manchmal hast du hier auch noch ein bisschen geradeaus und dann so eine Rechtskurve. Und das ist einfach wie so eine Lotterie. Und das macht ja schon ziemlich einen Unterschied für die Sprintanfahrt oder für den Sprintansicht. Das finde ich nach wie vor unschön. Vor allem, wenn man hier mal so weiter raus scrollt, hier ist die Zielfahne gesetzt. Klar, der Name steht dann da drunter, aber das ist voll verwirrend. Naja, die Sprintanfahrt ist in vollem Gange auf den letzten, ja jetzt sechs Kilometern. So sieht es hier aktuell aus. Ne, das Ziel ist definitiv nicht hier, sondern später. Da, oh shit. Da habe ich gerade zu lange auf die Karte geguckt. Bin ich mir jetzt eigentlich relativ sicher, dass das Ziel später sein muss. Habe gerade leider ein bisschen Tritt rausnehmen müssen. Hier neben uns haben wir Sprintanfahrt, Züge. Links-Rechts Kombination. Jawohl. Und dann geht es doch gleich nochmal nach rechts. Ich ziehe das Ding jetzt an. Mit Rochard. Ja, frühzeitig. Wir gehen mal nach rechts raus. Kommen wir hier noch raus. Nein, Consoni wird leider getrennt. Ach fuck, Mann, wenn wir am Hinterrad gewesen wären. Aber Mats Pedersen gewinnt so am Ende und wir werden leider nur vierter. Äh. Mit, Alter. Da wäre auf jeden Fall was drin gewesen. Ja, aber gegen so Hochkaräter. Ähm. Was willst du machen, ne? Wird ja jetzt gegen die beiden Herren hier, ähm, auf dem welligen Terrain auch nicht unbedingt einfacher. Hoffentlich haben wir jetzt auf der vierten Etappe mal mehr Glück. Ja, Van Aert ist natürlich trotzdem der Top-Favorit. Aber wir haben schon in der Vergangenheit mit Consoni sehr oft solche Etappen gewonnen. Außerdem haben wir ja auch noch andere am Start. Vielleicht kann ja auch Guillaume Martin mal über sich hinaus wachsen und so ein Ding gewinnen. Aber dafür ist es glaube ich nicht bergig genug. Noch 60 Kilometer. Und ja, das steht noch bevor. Und unsere Tagesform würde ich sagen. Und auch das Profil ist zu verlockend, als dass ich hier jetzt nur einfach unfertig in Richtung Sprint aus einer relativ großen Gruppe weiter machen will. Vorne haben wir zwei Ausreißer, Borgodo und Impey. Die Anstiege sind, ja, die sind jetzt nicht so mega schwer. Aber es geht die ganze Zeit hoch und runter. Ich versuche jetzt einfach mal von vorne das Tempo zu machen, sofern wir denn gelassen werden, was jetzt noch nicht so richtig der Fall ist. Ähm. Ja, ich hatte mir das ein bisschen schwieriger vorgestellt. Insgesamt. Ähm. Das Profil. Ich meine, die Anstiege sind schon orange, ja. Gut, vielleicht kriegen wir es gleich bei dem hin. Den, den wir jetzt gerade hatten, der war auch noch der flachste, glaube ich, von allen. Gerade der letzte hat es schon in sich. Ich hoffe, dass wir da auch Sprinter loswerden können. Und vielleicht können wir da auch mal mit Marzane-Attacke starten. Oder mit Latour. Ähm. Von da bis ins Ziel. Ja, es geht zwar nicht bergrunter, aber es ist auch gar nicht mehr so weit. Wir haben definitiv verschiedene Optionen. Und Consoni haben wir ja für den Sprint. In jedem Fall. Und vorletzter Anstieg. Wir gucken mal, ob wir hier ein bisschen Schaden anrichten können. 88. Es geht hoch. Ja, es ist halt sehr kurz leider. Aber die Prozente sind ja schon gar nicht mal so schlecht. Frivalier. Ah, komm. Dich brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Ins Feierabend machen. Können wir hier irgendwie was bewirken? Naja. Nicht so, nicht so wirklich. Naja, leider nicht so wirklich. So, letzte Steigung. Naja, also insgesamt schon, dass das Feld kleiner geworden ist. Ja, das konnten wir bewirken. Jetzt gibt es eine Attacke von Brandenberg. Okay. Oh, jetzt war ich nicht so der beste Fahrer. Sorry. Nichts gegen ihn. Ich glaube, ich kriege das Feld hier jetzt. Ah, wobei, es sieht ja echt nicht schlecht aus, ne? Wo ist ein Fanart? Oh, Fanart ist weit weg. Oh, ja. Okay. Kommen die da nochmal ran? Ja. Ist in die Länge gezogen. Scheiße, Mann. Wenn wir jetzt weiter berghoch gefahren wären. Ich dachte, das reißt hier, aber... Naja, ich glaube... Ich sollte nicht zu übertreiben. Naja, Fanart ist dabei. Dann lasse ich es sein. Wir verwalten hier mal mit einer 70. Es gibt jetzt Attacken. Ach komm, wir können einfach mal Fanart hinterher gehen. Natürlich. Eben war der noch hinten. Jetzt wäre er einfach nach vorne und attackiert. Scheiße, zwischenzeitlich dachte ich gerade echt mal, es sieht gar nicht so schlecht aus, für unsere Herren da wegzukommen. Ähm, jetzt verlieren wir vielleicht sogar gleich Zeit. Wir haben jetzt noch ein, so eine Welle, und dann geht es schon in Richtung Ziel. Also, ja, Marta und Latour sollten, denke ich mal, im Peloton mit dabei bleiben. Wo ich ja einige gute Leute von Balehater abgefängt worden, von Art. Aber selbst wenn der jetzt von vorne hier pedaliert, der chillt ja. Der fährt ja nicht schnell. Weil, ich kann, ich kann nichts mehr. Also, ich glaube nicht, dass hier unsere, ähm, Jungs noch irgendwie großartig was können. So, wir geben mal Gas. Und ziehen mal jetzt den Sprint an, so gut es irgendwie geht. Aber, ja, Fanart, da ist natürlich kein Kraut gegen gewachsen. Fanart gewinnt, Vorsagern und Pitcock. Shit. Wieder in Ansätzen nicht schlecht, aber am Ende wären wir nur Sechster. In der Gesamtwertung gab es jetzt aber ein bisschen Veränderungen. Ähm, da sind wir aktuell auf Platz 3 mit Consoni, Marta auf 7 und Latour auf 8. Aber einige sind natürlich auch noch zeitgleich, so bei 22 Sekunden. Ja, die fünfte Etappe jetzt wird sicherlich auch keine sein, wo wir Wout van Aert den Sieg streitig machen können. Oder wo wir ihm das gelbe Trikot ausziehen. Denn der ist natürlich hier auch wieder Top-Favorit, ist ja ganz klar. Wunder, dass er überhaupt einmal gegen Mats Pedersen im Sprint knapp verloren hat. Ja, ich bin mal auf Pierre Latour gespannt. Ich möchte mit dem definitiv Top 10, am besten Top 5 insgesamt im DC haben. Gucken wir mal, wie er sich hier im Zeitfahren anstellt. 25,8 Kilometer ist jetzt gar nicht mal so kurz, also Marta wird ordentlich Zeit auf van Aert verlieren. Da kann man sich schon mal sicher sein. Mit Maxime Chevalier könnten wir hier im Zeitfahren Low-Key auch eine ganz gute Platzierung einfahren. Der ist jetzt in der Gesamtwertung zwar nicht mehr relevant, hatte aber sehr gute Zeitfahrwerte. Also das ist ja so einer, der in den nächsten Jahren auch zum DC-Kapitän oder Co-Kapitän heranreifen soll. Ich denke, jetzt ist es aber noch ein bisschen zu früh für ihn. Wir haben auch jetzt hier vor uns schon mal jemanden überholt. Gut, der ist jetzt nicht so der Rede wert, aber ich versuche mich jetzt hier mal ein bisschen ranzupirschen, wie man es am besten macht. Gut, jetzt bin ich gerade bei diesem kleinen Anstieg mal ordentlich in den roten Bereich gegangen. Dann hat man eine Abfahrt und dann am Ende nochmal eine Rampe Richtung Ziel. Okay, jetzt habe ich hier zu früh seinen Saft verbraucht, aber das dient mir schon mal als Orientierung für später. Chevalier hat im Ziel nochmal verloren. Ist aber aktuell zweiter, deutlich hinter Küng, aber vor allen anderen also schon mal ganz gutes Zwischenergebnis. So, die letzten acht Starter gehen jetzt ins Rennen. Vor uns direkt Jonas Wiengegard. Wir sind ja hier sehr, sehr gut platziert im DC mit Latour, danach Martin und dann wenig später Consoni. Latour ist ja sogar französischer Zeitfahrmeister. Sehr schön. Inzwischen ist Affini zeitgleich mit Küng auf Platz 1. Max Pedersen, dritter, alter Schwede. Nice, ey, starke Vorstellung. Ups, mit Martin bin ich gerade auf Autopilot gestartet, sorry. Immerhin für seine Verhältnisse heute sehr gut formen. Ich gehe mal ein bisschen hoch. Bei dem flachen Teil, ne, 87 ist mir glaube ich zu viel. Und Consoni geht jetzt auch von der Startrampe als drittletzter. Danach haben wir da nur noch Sagan und Van Aert natürlich. Latour ist jetzt drin im Anstieg. Da gehe ich nochmal auf eine 87 hoch. Ordentlich auspowern. Mal gucken, wie die zweite Zwischenzeit ist. Oh, 33 ist da, okay. Aber am Ende wird abgerechnet. Und wie am Ende abgerechnet wird jetzt die letzten 500 Meter. Scheiße, ich habe mir das Rennen nicht gut eingeteilt mit dem. Am Ende ist es Platz 20. Oder vorerst Platz 20, sollte ich vielleicht besser sagen. Denn, ne, das ist viel zu viel. Wir haben jetzt noch die kleine Rampe gleich. Denn da kommen ja noch ein paar ins Ziel. Also, ein bisschen mehr hatte ich mir ehrlich gesagt schon erhofft. Yomantin kommt hier jetzt rein mit 2 Minuten 6. Das ist glaube ich sogar okay. Und Zieleinfahrt von Simone Consoni. Na gut, da bin ich ein bisschen spät aufs Gas gegangen. Aber ist jetzt auch nicht so gravierend. Denn der hat hier eh keine Chance. Das Zeitfahren ist und bleibt aber auch nicht meins. So, Sagan wird hier von Van Aert eingeholt. Oder passt. Van Aert nur Dritter. 3 Sekunden oder 4 Sekunden hinter seinem Teammate Affini. Aber so behält Van Aert selbstverständlich das Trikot vor Wingegaard und Mats Pedersen aktuell auf Platz 3. Latour auf 10. Also, ich sag mal, ist im Soll. Hier nochmal kurz der Blick auf die Gesamtwertung. Wir sind 1-4 zurück. Ja, da geht natürlich nach vorne wie nach hinten noch einiges. Matin auf Platz 23. Schon relativ weit weg mit 2,24. Wir sind weiterhin auf der Jagd nach dem ersten Etappensieg. Tja, wie immer. Jeden Tag das gleiche. Täglich grüßt das Murmeltier. Wout Van Aert ist der Top-Favorit. Hat vier Etappen gewonnen. Und bei den zwei anderen war er mindestens auf Platz 3. Ja, wird also auch heute wieder schwer. Wir sehen ein gewohntes Bild. Der Kofidis Anfahrtzug wurde aus Gleis gesetzt. 10 Kilometer vorm Ziel. Ja, recht kurvige Anfahrt. Es ist wieder nicht klar, wo genau. Ja, doch das Ziel wird vermutlich relativ gradlinig vor uns liegen gleich am Ende. Das heißt, die Zielgerade an sich, so sollte ich es vielleicht eher sagen, vorher geht es noch immer so leichtwellig und größtenteils abschüssig in Richtung Ziel. Hier wird schon frühe Position gefahren, ohne dass ihr eure Sprinter am Hinterrad habt, Leute. Aber mir soll das egal sein. Latour macht hier einen guten Job. Dann kommt Guillaume Martin. Ja, wir nutzen hier alle, die wir haben. Alles werfen wir in den Ringen, was wir haben. Dreieinhalb Kilometer. Martin übernimmt. Dann haben wir noch Rochard und Consoni. Leichter Rechtsknick. Links Kurve und dann die Zielgerade. Latour verpiss dich jetzt mal hier bitte. So, ich bin, oh Gott, ich bin viel zu spät dran. Ich bin viel zu spät dran, aber ich hoffe nicht zu spät. Vielleicht gewinnt Guillaume Martin am Ende. Nein, Wout van Aert. Ah, verdammt. Wir hätten sogar fast mit Guillaume Martin gewonnen. Den Sprint habe ich tatsächlich verhunzt. Einfach, ja, es ging zu schnell. Obwohl es gar nicht überraschend hätte sein sollen. Aber, ach man. Wie soll man den schlagen? Wie soll man Wout van Aert schlagen? Mal schauen wir Dritter. Ja, toll, holt sich ein paar Bonussekunden. Die wären aber eigentlich eher für Latour relevant. Komischer Sprint hier, aber, ja. Van Aert und Pitcock schaffen es noch, Martin zu überholen, leider. Vorletzte Etappe. Ja, erste richtige Bergetappe. Und eigentlich auch einzige richtige Bergetappe. Col de Turini. Da bin ich mal gespannt, inwieweit Wout van Aert hier mithalten kann. Aber es wäre natürlich auch kein Wunder, wenn er hier das gelbe Trikot behält. Er ist zwar nicht bei den Favoriten mit dabei, aber das muss ja nichts heißen. Ja, von dem Etappensieg gehe ich nicht aus. Ich will aber in der Gesamtwertung mindestens die Top Ten mit Latour erreichen. Und wir wollen auch mit Matar nach vorne kommen. Er hat einen Formhöhepunkt, da haben wir drauf hinaus gearbeitet. Und, ja, hier können wir mit dem auch ruhig mal die Offensive ergreifen. Ich meine, aktuell auf Platz 23 sind wir schon ziemlich weit entfernt von unserem eigentlichen Ziel. Also, da sollten wir auch mal ruhig angreifen können. So, erstmal versuchen wir hier mit Georg Zimmermann eine Relaisstation zu installieren. Aber bislang, na, kommen wir noch nicht so wirklich weg. Die Bergpunkte sind mir eigentlich egal, weil Burg de Oeda am Start ist. Ja gut, vielleicht nehmen die jetzt auch wieder raus. Ich fahre einfach mal mit einer 70 weiter. Der wäre natürlich schon schön, wenn wir den nachher noch als Helfer haben. Idealerweise, um mit Guillaume Matar dann an ihm anzudocken. Sehr flexibler Helfer, auch am Berg mit einer 71, ja, plus 7 heute am Berg. Und auch mit starken physischen Werten natürlich eine Bereicherung für den letzten Anstieg. Hier Col de Turini, da sehen wir ihn einmal insgesamt ziemlich gleichmäßig. 15 Kilometer, durchschnittlich 7,5%. In der Theorie hat der Plan eigentlich ganz gut funktioniert. Aber in der Praxis, ja, auf dem Papier erstmal auch. Aber die Ausreißer vorne rund um Zimmermanns, Guillaume, Adria und Rota, der gerade zurückfällt, die hatten eben schon nur noch so 1,15. Jetzt kann, ja, Baumann kann nicht mehr, aber, sorry. Okay, jetzt attackieren einfach mal Lopez und Alaphilippe schon am vorletzten Anstieg. Ich glaube, die überleben nicht mehr lange. Ja, wie das jetzt hier im Hauptfeld aussieht, ist natürlich auch so die Frage. Ich hatte eigentlich den Plan, Latour im Hauptfeld zu lassen mit Remy Rochard als Helfer. Vielleicht können wir da auch einfach Maxime Chevalier nennen, nehmen, alter, ich kann nicht mehr reden. Und, ähm, Matar und Rochard, äh, Rochard, Remy Rochard, ähm, Remy Rochard natürlich mit dem so ein Duo bilden. Ich glaube, das mache ich jetzt auch einfach mal. Wie sieht es hier aktuell aus? Ja, vorne die Ausreißer sind noch in Front, das ist aber nicht so schlimm. Ich stelle das jetzt mal einmal um. So, Schlusssteigerung, Col de Turini, ich habe das jetzt umgebaut. Äh, wir arbeiten mit Beschützen. Ja, Pierre Latour, unser Mann, Fürst DC, der wird, glaube ich, ganz schön leiden. Ähm, Guillaume Matar kann sich, warum auch immer, nicht so ganz am Hinterrad aufhalten vom Helfer. So, Zimmermann wird jetzt eingeholt. Gut, der kann auch nicht mehr so wirklich großartig helfend beitragen. Muss man mal so gestehen. Der Anstieg ist ja relativ gleichmäßig, deswegen atzen die hier auch so schnell hoch. Da kann ich mich jetzt nicht so mega dran beteiligen, da einfach mal mitzugehen. Ähm, Lopez und Alaphilippe haben es erneut versucht, holen die Ausreißer ein. Tempo gerade ein bisschen raus, von Art, klar, der attackiert natürlich. Wenn hier jetzt nicht so mega das Tempo drin wäre, hätte ich mal attackiert mit Matar. Aber so sehe ich eigentlich gerade keine echte Möglichkeit. Vielleicht kehrt hier jetzt mal ein bisschen Ruhe ein. Bo, Bora, sorry, Bahrain ist gerade vorne. Zimmermann kann hier weg. Matar. Ja, ich fahre mal mit einer 88, 85 und Einsatz hier. Latour. Boah, der ist völlig am Ende, ey. Tivalier, du wirst ihn eskortieren, jawohl. So, und dann gehen wir hier mal mit Matar und Rojas aufs Ganze. Vorne, Henrik Maas, Almeda, Heik, Wingegard, Van Aert, Lopez, Alaphilippe. Dahinter kommen wir dann jetzt. Der Weg ist noch weit, 8 Kilometer. Wie gesagt, relativ gleichmäßig. Wenn wir hier jetzt mal, ja, wir haben hier schon eine ordentliche Lücke reingerissen. Wir sind dran an den Vordermännern. Ich gehe mal ein bisschen runter. Rojas hat die Lücke geschlossen. Vorne hat sich Jonas Wingegard abgesetzt. 30 Sekunden. Hm, ne, wir nehmen mal ein bisschen raus. Rojas kann jetzt nicht mehr. Matar auf sich alleine gestellt. 6 Kilometer noch. 10 Mann Gruppe. Jo, danach erstmal eine ordentliche Lücke. Das heißt, die sind eigentlich alle weg. Ja, Latour wird zurückfallen. Ich hoffe, wir können mit Guillaume dann in die Top 10 springen. Wen haben wir hier sonst noch so? Lopez war natürlich im Zeitfahren auch nicht so granatenmäßig. Alaphilippe auch hinter uns im DC. 70 ist, glaube ich, zu viel. Ja, Wingegard scheint durch zu sein. Ich nehme hier gerade mal ein bisschen raus. Jetzt ist hier aktuell so ein bisschen so ein Waffenstillstand. So würde ich es mal bezeichnen auf den letzten 4 Kilometern. Wout van Aert fällt jetzt aus der Gruppe der Kapitäne hier zurück. Genauso wie Kwiatkowski auch. Pitcock sieht auch nicht mehr so gut aus. Ja, für Jumbo Wismar gibt es Schlimmeres. Denn hier, Wingegard ist schon eineinhalb Minuten in Front. Da springe ich jetzt auch direkt mal wieder weg. Ob wir jetzt sehen, wie der ins Ziel fährt oder nicht, ist auch egal. Die Jumata macht hier echt einen guten Job, muss ich mal sagen. Ich rechne damit, dass mich gleich irgendwie die anderen Penner noch übersprinten. Ja, klar. Oder Philipp hier wie sonst was. Da sehen wir Wingegards Zieleinfahrt. Der wird hier den Gesamtsieg davontragen. Ja, natürlich haben die am Ende noch alle ein Sprint auf Lager. Das ist ein bisschen doof. Von daher verlieren wir noch ein bisschen Zeit mit Martin. Aber starker siebter Platz vor Pitcock von Kwiatkowski. Frau van Aert. Dann kommt Remy Rocha. Ich glaube, wir werden aber am Ende nicht genug Zeit rausfahren, um in die Top Ten zu kommen. Weiß ich noch nicht genau, aber von denen, die knapp hinter uns waren. Ja, Latour kassiert übrigens total. Also das Unterfangen Top Ten ist hier mächtig gescheitert. Auf jeden Fall Pitcock, Kwiatkowski, Van Aert und so weiter. Ich glaube, die sind nicht weit genug hinter uns. Gerade auf der Etappe gewesen. Wir kommen mit 1,42 rein. Alter, okay. Das halte ich jetzt aber auch für ein Gerücht, dass alle anderen vor mir zeitgleich mit dem 2. à la Philippe gewertet werden. Und wir so viel weiter dahinter sind. Also 46 Sekunden. Naja, ich weiß nicht. Ganz ehrlich, ich weiß nicht. Okay, aber das heißt, die sind definitiv deutlich vor uns. Da können wir nichts machen. Gesamtwertung, Platz 10. Latour fällt auf 16 zurück und zwar deutlich mit 7 Minuten 20 Rückstand. Van Aert ist jetzt Sechster. Ja, Matin ist auf Platz 10. Wir haben natürlich noch eine Etappe. Nach hinten haben wir eineinhalb Minuten Vorsprung. Das sollte gesichert sein. Zehnter Platz insgesamt aber auch. Ja, gerade mal so okay. Vielleicht kommen wir noch ein bisschen nach vorne. Wiengegaard, sofern der nicht vom Fahrrad fällt, sollte der eigentlich gewonnen haben. Punktwertung. Ja, da gewinnt natürlich Wout van Aert das ja ganz klar. Und in der Bergwertung ist jetzt nach dieser Etappe Roger Adria in Front. Der hat sich das von Burgodeau geholt durch sein Unterfangen in der Ausreißergruppe. Jo, finale, achte Etappe und somit die letzte Chance, unser Sponsorenziel zu erreichen. Und das ist immer noch ein Etappensieg. Wir haben immerhin Platz 10 im TC aktuell, aber wir haben noch keine Etappe gewonnen. Und auch Platz 10 ist mir zu wenig. Also, ja, versuchen wir noch mal, was geht. Ich versuche hier noch mal alles. Also, wir versuchen mit Consoni, Rochard und Chevalier in die Ausreißergruppe zu kommen. Das wird hier die KI bestimmt nicht befürworten. Aber im Zweifelsfall forcen wir hier einfach unseren Weg in eine Gruppe. Von mir aus kann die Gruppe auch gewinnen. Ich meine, wenn ich es dann nicht schaffe, dann ist das halt so. Aber, na, schade. Die Ausgangslage wäre eigentlich ganz geil, wenn wir in eine Ausreißergruppe kämen. Die Etappe ist nämlich auch ziemlich kurz. Nur 110, 109 Kilometer. Na, jetzt sind natürlich wieder so die üblichen Verdächtigen, die hier wegkommen. Was ist, wenn ich es nochmal mit Remy Rochard versuche? Er hat heute echt einen guten Tag. Ah, natürlich setzt Jumbo danach. Ey, komm. Ihr habt doch sowieso schon alles gewonnen. Außerdem die Etappe geht wieder safe an von Art. Da kann ich im Sprint eh nichts machen. Außerdem hat Consoni einen schlechten Tag. Deswegen versuche ich es mal hier gerne über eine Ausreißergruppe, weil ich nicht weiß, wie wir den sonst knacken sollen nachher. Ja, ich musste das Unterfangen leider aufgeben. Es war nicht drin. Vorne haben wir nur Skullions und Adria. Noch eine Minute in Front. Ja, Jumbo kontrolliert hier leider alles echt gut. Ja, ich sehe gerade nicht so wirklich die Chance, wie ich den Herren hier im Sprint nachher schlagen soll. Und ja, weggelassen werde ich jetzt doch mit Sicherheit sowieso nicht mehr. Wurde ich ja schon vorher nicht. Also von daher glaube ich, ist das auch egal, mit wem ich hier attackiere. Denn Dylan Töns versucht es hier nochmal. Gut, der ist jetzt auch nicht so mega ungefährlich. Aber funktioniert alles nicht. Consoni ist leider auch schon zurückgefallen. Ziemlich ernüchternd schlecht gelaufene Rundfahrt. Schlecht ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber unter den Erwartungen geblieben, würde ich mal jetzt sagen, sind wir da auf jeden Fall. Es sei denn natürlich, es ändert sich hier drastisch nochmal was, wovon ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht ausgehe. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir fahren mit einer 95 in den letzten Anstieg hier rein, brettern da mal. Ja, ich versuche hier zu attackieren. Was soll der Geiz? Wir ziehen jetzt hier einfach mal mit allen am Horn. Mehr bleibt mir ja auch echt nicht übrig. Matar versucht hier nochmal einen rüber zu geben. Mit einer 90 Latour, Rochard. Ja, mit Remy Rochard können wir auch nochmal versuchen zu attackieren, hier irgendwie wegzukommen. Das schaffen wir aber leider nicht. Fernandes. Mann. Skurions. Ach nee, Andrea ist auch immer noch in Front, ne? Habt ihr auch nix mehr? Kann ich hier noch jetzt irgendwie mal bremsen und rausnehmen? Jetzt Fernandes. Na, der hat ja halt auch keine Kraft mehr. Es ist doch zum Kotzen. Ne. Lopez versucht. Es hat jetzt eine kleine Lücke. Ja, Abfahrt in Richtung Ziel jetzt. Ich versuche einfach mal. Ich versuche jetzt in der Abfahrt wegzukommen. Massenattacke in der Abfahrt. So wie man das früher bei PCM gemacht hat, als das noch ging. Als man ganz easy in der Abfahrt einfach wegfahren konnte. Ach, was für ein Bild hier für die Götter. Faust von Art versuchte, da herzugehen. Ne, Chivalier. Lass mal ruhig die Lücke aufgehen. Lass mal die Lücke ruhig aufgehen. Danke. Ähm, so. Jetzt sollte ich vielleicht echt mal wieder eine vernünftige Formation einnehmen, wenn wir das Ding am Ende gewinnen wollen. So, Guillaume mit einer 99. Wir sind tatsächlich hier gerade mal weggekommen vom Hauptfeld, ne? Attacke. Los. Gib Gas. Der ist halt schlecht im Abfahren. Der ist halt richtig, richtig schlecht. Absolut bad. Ähm, 2,4 Kilometer. Jetzt darf ich es nicht verkacken. Äh, Linkskurve hatten wir. Kommt gleich nochmal eine Rechtskurve. Wir haben jetzt noch... Wen haben wir? Bonamour, Mas, Mas, Nada, Lopez. Ja, eigentlich ist es wieder nur Wout van Aert. Die anderen, sag ich jetzt mal, kommen hoffentlich nicht mehr ran. Ist es nur Wout van Aert? Und wir haben eigentlich genügend Helfer. So, Latour zieh jetzt mal den Sprint an. Wo ist denn Fernandes, Alter? Fernandes, Rocha ist viel zu weit hinten. Nein, was blockt er sich denn da so weg? Oh mein Gott, was war das denn? Ja, das war ja unterirdisch. Das war ja absolut unterirdisch. Und er gewinnt schon wieder. Natürlich. Wer sonst? Aber was war das denn? Weiß, ich hätte viel früher, also viel weiter vorne sein müssen, aber es hat irgendwie vorne und hinten nicht geklappt. Shit, Alter, hier sieht man es. Da hinten sind die ganzen Luschen von Kofidis. Ja, scheiße, das Hochfeld kommt auch wieder näher ran. Wir sind safe alle zeitgleich gewertet worden. Fuck, wir hätten ja immerhin, ach, sonst noch ein paar Sekunden oder irgendwas rausfahren können. Nee, Platz 6 bis 11, ach, was für ein Dreck. Sorry, aber ist ja so. Ja, das war Paris-Nizza, Platz 10. Und keine Etappe gewonnen. Zweimal Zweiter mit Consoni auf den Ersten, also wir waren nah dran. Dritter mit Marta auf der Letzten, ja, da waren wir nur Sechster, aber da wäre auch noch mehr drin gewesen. Und Wout van Aert gewinnt am Ende. Fünf Etappen. Und einmal Zweiter, einmal Dritter. Und ich glaube, nur auf der Berg-Etappe war er Zehnter. Warum steht er dann Top 10 nicht? Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Zu viele Einträge sprengt den Rahmen. In der Gesamtwertung übrigens Fünfter. Das heißt, er war auf jeder Etappe Zehnter, auf jeder Etappe außer auf einer in den Top Dreien. Ja, so wie in echt bei der Tour de France zuletzt, glaube ich. Das heißt, gegen ihn waren wir chancenlos und am Ende, leider ein bisschen unter den Erwartungen, nächstes Sponsorenziel nicht erreicht. Ich hoffe aber mal, in der nächsten Folge wird es besser, wenn wir dann Terreno-Andreatico bestreiten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn wir heute mal nicht siegreich waren. Aber ich denke, es war dennoch unterhaltsam. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, Mr. Luke zockt Pro Cycling Manager 2021. Bis dahin, macht's gut. Tschau. Tschau.